Hallo, Gallantmon. Du stehst ganz schön den Weg. Meine Fresse, Gallantmon riesig. Sogar größer als Wargrammon. Danke für das Zeug. Botamon, was sagst du? Wo sind noch Leute? Taumon kommt aber zu. Blablabla. Ein Majestätisch aus dem Digimon liegt in einem wunderschönen Anwesen im Knochenresort. Da war ich schon, aber das wollte ich mit mir reden. Ein Digimon in absoluter Notpunkt bittet um Hilfe beim Sammeln einiger Dinge. Ich hoffe, das sei Gabon ein absoluter Notpunkt. Sag ihm, dass das nach Hause kommen soll. Okay. Erstmal unseren täglichen Punktgang. Aber erstmal Digi-Mail lesen. Digi-Mail. Leider mehr Digimon ein. Floatze ist noch nicht weit genug entwickelt, um reinkarniert zu werden. Es versteht sich schon selbst, dass Floatze auf Digimon angewiesen ist. Zur Weiterentwicklung brauchen wir die Hilfe von noch mehr Digimon. Aber wieso haben wir die Stadt jetzt fliegen lassen, wenn das sowieso alles reinkarniert wird? Lust hat Lush hat ihre Analyse abgeschlossen. Kommen wir zu Gigi-Mos Haus, um mehr zu erfahren. Wie gesagt, wir machen unsere Runde. Die alltägliche... Echte Metall-Jagd. Die Rubine. Die Steinjagd. Wir müssen noch erstmal... Ich könnte nicht durch... Das hier aktivieren. Hey, der Schatzsucher blinkt jetzt richtig. Ich weiß immer noch nicht, was Geldgremmern vorhat. Aber egal. Nee, erstmal Horst. Auf zu... Nein, im Moment. Der Rudermann. Bei 100 Glücksmünchen. Ein Machina Marien. Fortgeschrittene Kurs. Vier Tage. 2000 ist ja nicht schlimm. Aber machen. Ein Macher, der Ding, Bummi. Ein Macher, der Ding, Bummi. Habe ich gelabert. Was labisch du? Warum willst du dich verpacken? Digitiert sofort zum Metal Seed Ramon. Ah, der ist sehr cool. Metal Seed Ramon. Ich meine, ich könnte jetzt... Walk Ramon zu einer Metal Seed Ramon werden lassen. Aber das lassen wir erstmal. Ach, was mache ich hier? Gehen wir zu... Antenwirtschaftsviertel, Felder. Und... Dann wollen wir nochmal schnell eine Stunde fliegen. Und Vegimon gibt mir den Zeig. Such nach mehr Zeig. Mehr Dein Zeig, Lillimon. Such nach mehr Zeig, Lillimon. Dann wollen wir nochmal zum Architekt. Der ist halt jetzt um die Ecke. Deswegen kann ich da auch ruhig hier hingehen. Ich glaube, schneller ist, wenn ich da in dem Menü rumfummel. Das Lagerhaus könnte ich vergrößern. Die Hightech-Ausrüstungsslagen könnte ich verbessern. Trainingsraum und den Angeltal ich. Weißt du, was? Den Trainingsraum werde ich erstmal verbessert. Verbessern, weil... Was meine Digimon sterben, kann ich da weiter trainieren. Aber das dauert noch ein bisschen, bis sie hier erben. Dauert noch ein bisschen. Ich gehe nochmal ins Iki-Dojo. Digitations-Dojo. Was auch immer. Ah, immer noch nicht bereit. Nur mittel. Ah, nicht leer, war ja morgen das mir egal. Äh... Ich brauche Siege. 55 immer noch. Ich glaube, wir kriegen einen Garland-Mann. Oder ist ein Shining-Greymon besser? Oder Shining-Greymon? Weiß nicht, was der besser wäre. Gucken wir mal an der Börse. Hallo, Ete-Mann. Kaufe ich mal den Rest, den ich kaufen kann. Das wären zwei. Ich könnte ich noch ein paar kaufen. Kaufe erstmal Töpfe. Noch ein Schmuck, äh, kaufe ich auch nochmal 50. Und Teppiche kaufe ich auch mal 39. Okay, wenn da irgendwas dann überkaufen gibt's, dann gibt das auch nicht Kohle. Gibst du mir was? 2450. 50.000. 15.450 hat doch noch ein bisschen. Äh, däh. Du hast ja nix ordentliches. Ich dachte, der verkorzte Teufelschip oder sowas. Die hätte ich nämlich gern, wenn Wargrammon stört, dann könnte ich die, äh, Wormormon geben. So doof es sich anhört, weil Teufelschips verkürzen die Lebenszeit. Ähm. Aber da, so habe ich dann zwei Digimon auf derselben Stufe. Und nicht irgendwie eins auf Omega und eins auf Hulkie oder so ein Gäse. Wollen wir mit der Hauptsache weitermachen? Äh, Lüsch. Du Lüscher. Lüsch! Was ist denn Digimon? Das ist genug, um zu sagen, dass es essentiell ist, Lüsch ist ein Digimon. Oder so gut als einen, irgendwie. Die Menschen in diesem Weltall sind pure digitalen Daten, also sie fühlen nicht Fatigue oder Hunger. Aber was ist Lüsch? Lüsch. Actually, ich bin ziemlich sicher, sie sprach, um zu sein zu sein, wenn wir erst kennengelernt haben. Und sie sagte sie war aus, wenn wir von Omegamon, Zwart D in der Server Tower, auch. So, ich bin nicht human? Ich bin nicht wie du? Lüsch. Okay. 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 B-H-Programm. Okay. Oh mein Gott, bist du sicher? Positive. Es gab ein Programm, das du vielleicht nennen möchtest, das Root-Virus, die sehr cleverlich in der Tiere veröffentlicht wurde. Deswegen war auch in der Sackgassenstadt, wo sie als erstes war, ein Machine-Draw-Man erschienen. Ah, also wir sahen Lüsch selbst über Lüsch, aber das veröffentlichte Tier war der blinde Platz. Lüsch ist ein Asymptomatic Carrier, so considering that she lost her memories... It's highly likely that she was being used. Yes. Which makes the one using her. Shoma Suzuki! Did Interrupting suddenly become all the rage here? I... Betrayed everyone. I got you sick. Does that make me... Bad? Das ist nicht deine schuld, Lüsch. Das ist richtig. Du hättest nicht, Lüsch. Äh... Ich verstehe die Temptation, dich selbst zu schuldigen, Lüsch. Aber Regretung wird nichts verändern. Wisst ihr was, Will? Du hast ein paar Payback auf denjenigen, der dich durchsetzt hat. Payback? Yes. We'll thwart Shoma Suzuki's schemes and right the wrongs he inflicted on you and this world. I like the idea, but the problem is that Suzuki is behind all of this, and we don't know where he is. Oh, no need to worry about that. Lüsch can tell us where he is. Uh-huh. I don't know that. Your stuffed animal was transmitting data to wherever Shoma Suzuki is. If we follow that trace and pinpoint his network coordinates, we can pin him down. Once we have his coordinates, Taumann and I can use our skill to open a gate right to him. Okay. So we turn the enemy's tricks against them. A fine idea. So I'm useful? Ja, das erste Mal. Useful? You're indispensable. None of this would even work without you. So I can... Can stay here with you? Good. Then I'll totally do my best. Aber ich will gerne immer mal wissen, was für ein Digimon Lüsch ist. That's the Spirit Lüsch? Then Project Reincarnation is up to Taumann and Datamann, while Gigi-Mon, Mameo and I pinpoint the Signalkoordinates. Roger that. So back to recruiting the residents for us, huh? Looks like it. Might as well start now. Come on. You and Kota? Let's go. Ja, ich glaube, das brauche ich nicht. Weil wir schon genug haben. G-Mail. G-Mail. Da hat er mir ein Digimon einen. Lüsch war die ganze Zeit ein Digimon. Nicht zu fassen, aber sie hat nie ein Verbrechen begangen. Tsuzuki war der böse. Tsuzuki müssen wir aufhalten. Dazu brauchen wir mehr Einwohner. Damit habe ich gerechnet. Ich erinnere die Stadt zurück. Die Grundlagen sind gelegt. Jetzt muss ich dir etwas Wichtiges über die Reincarnation erzählen. Kannst du rüber zu Gigi-Mons Haus kommen und wir die Sache besprechen können? Okay. Ich habe halt genug Einwohner schon die ganze Zeit gesammelt. Deswegen geht das so schnell. Alles. Das ist, in essence, Reincarnation. Wo sind wir die ganze Zeit? Du kannst nur eine Kopie von all das Digital World haben, in der Digital World ist. Du kannst es? Du bist richtig. Wir müssen alle Netzwerke Gäste lösen, und die Daten an ein paar Mal weiterentwickeln. Und das ist ein grosser Heap von Daten. Wir müssen es, es um es, es und es zurückzuwenden, und es zurückzuwenden, Chunk zu Chunk. Aber dann, wird die Reborn-Data von den BH-Programm getrennt? Es gibt Gründe, aber wir haben keine andere Option. Wait, there may be one other way. What do you mean? We've nearly pinpointed the address that Lucia's toy was transmitting to, Shoma Suzuki's location. Where is it? Somewhere in the digital world? No, it's in a place called the Singular Zone. What? The Singular Zone? Impossible! The Singular Zone is where the digital world's deleted data ends up. Not unlike what the human world calls the beyond. The idea that it exists at all, let alone that a human could set foot there, is pure fantasy. I was skeptical too, but facts are facts. We found a vast, essentially infinite blank space in the area that was picking up Lucia's signal. In there, we observed multitudes of formless blocks of data, plus the data of a number of Digimon, and one human. Hmm. An infinite blank space, you say? If that's true, the AR plan may be closer to realization than we thought, but… An infinite space? Sounds like the perfect place to move the data to. Exactly. No need to move it piece by piece. We could migrate all the data there together, at once. What about a way to access the Singular Zone? Have you found one? Once Taomon finds his head, he can open the way. Huh. My head is where it always is. I am perfectly calm. Clearly. So there should be no problem. We did it, Lucia. This is a big feat. Really? I have big feat? I have big feat? Well, in German, they have that well. Reif? I have a reife Leistung. If you are reif, that would I not say. I have a reife Leistung. You complimented me. Anyway, things sure are looking brighter for us. Just have to set the plan in motion now. Coda and I can go to the server tower and retrieve the digital world's backup data. They say that everything since the inception of the digital world is recorded and stored there. There might be some important data there that we need to have reincarnated. Way to casually drop a critical mission on us. Taomon and Luci and I will go beneath the town and open the gate to the Singular Zone. What should I do? You are in charge of defending the town, Himari. Who knows when the enemy might stop by? And I? Okay. You got it. You. We want you on the front line. You'll enter the Singular Zone. Thwart Suzuki's plans. Get Omega Mon's War D back. And save all our worlds. Das ist ja einfach. Easy. Easy, easy, easy. Lemon squeezy. Jetzt stirbst du Wolfram und ich muss alles wovon anfangen. Das wär's ja. Äh, Digi Mail. Erstmal speichern wir nochmal ne Runde. Jetzt Digi Mail. Das ist ja letzte Kampf, dass uns entscheidende Prüfung in die Singularität zu früh. tropon, adheren wir halt zu D. Und das ist der allerletzte Kampf macht deine Digimon bereit, wie alle Zehnendä Niger auf dich. so sollte ich mal ein paar seien einkaufen dass ich mein ganzes geld in die scheißbörse gesteckt aber intelligent ich verkaufe ein paar sachen wie ja jetzt fest tagsame co kann weg der deluxe pilz kann weg diese erdbeere wenn alle weg alle sagte ich erst ja nicht an weg alle die broschen ich muss mich wieder nach äpfel habe ich glaube es gleich das durchbruchte versprochen nicht das beste vielleicht brauche ich auch nicht ich habe ja vielleicht bocken der rest behalte ich erst mal dann kaufen wir noch ein paar große halt ist wieder wie ich kann ja das würde erst mal passen zählt nachgucken deswegen dass wir so reparieren ich weiß nicht ob es repariert werden muss ok wenn ich noch was braucht dann komme ich irgendwann wieder so ist das gegeben mal in diesen singularität zone dass ich ja spannend dann kurz zu check bekommen was vergessen habe dass wir teleportiert werden was ist mit mega see drum und los oder warum sie drum man es mir eigentlich ziemlich wurs da stehen sie alle ich wollte einfach materialien sammeln aber wenn hier sowieso bald an dem gelände ist wieso sollte ich noch dann da da das da da so a das w das die das fünf da w dann die Ja, werde ich machen, Luschmon. Ich denke immer noch, dass es ein Humeimon ist. Kann es immer noch nicht glauben, aber uns bleibt nur der Weg voraus. Ich weise nämlich auf dich, Takuto. Komm gleich zurück, damit ich nicht so einsam bin. Bitte, Takuto. Wenn irgendjemand das schaffen kann, dann du, aber sei vorsichtig, ich werde dich führen. Dann wollen wir mal auf zum Ende. Deinem ultimativen Level. Wo sind wir? Ich werde die Daten von deinem Digi-Vice in realen Zeit analysieren und folge dich wie gut ich kann. Ich kann dir nicht sagen, dass ich mich nicht beantworten kann. Aber du bist nicht allein. Mach dein Bestes. Die Welt ist in deinen Handen. Äh. No pressure. No pressure. Ich habe vergessen, wie das auf Deutsch heißt, deswegen habe ich das gerade auf Englisch gesagt. Da ist ein Devimon. Und Sorsamon und Wizardmon. Devimon, willst du mit mir reden? Rufe 41. Okay, Devimon, hallo. Moin, moin. Uff, du willst bestimmt weiter, aber dazu wirst du das Digimon von dir besiegen müssen. Denkst dir sicher nur ein einziger Gegner, was soll da schon dran sein? Überrasch dich, kann Gedanken lesen. Oho, jetzt denkst du, ist das eine Falle? Ich muss trotzdem weiter. Du bist weiter mit dem Fallen hin oder her. Wie leichtsinnig, oder soll ich dich mutig nennen? Äh, warten wir erst mal. Wir brechen durch. Durch Devimon. Wenn ich will, ich werde schon sehen, ob du mutig oder einfach nur dumm bist. Komm, meine Schatten. Das sind ja ein paar Devimon. Level 41. Ich lasse mal, dass die sehr starken Attacken einsetzen. Viele von den Verteidigungsplugins haben wir ja. Nicht mehr wirklich viele. Aber ich habe ein paar Angriffsplugins, aber lassen wir das erst mal. Wie sitzt die Kamera wieder so kacke? Ähm, ja, ich benutze mal eine große Handelsdisk auf beide. Äh, ich bin gerade eure Attacken nicht einsetzen, nur die Spezial-Sachen. Und eine große Handelsdisk. Nochmal zwei Kreise, muss er halt ins Disk. Mann! Okay, mach mal irgendeinen Zweck. Okay, weggemacht hast du es nicht, aber auf jeden Fall Kitanen gemacht. Okay, dann bist du dran. Du kannst immer noch nicht. Was für ein Gezer. Komm, Warc Warmon, ich brauche dich langsam. Und, äh, du hast keine MP mehr. Ich werfe nochmal eine große MP-Disk auf beide. Und dann, äh, große Handelsdisk auf Warc Warmon. Komm. Wieso geht das nicht? Mach irgendeins von den beiden weg. Das ist ein Ironsdisk. Ich musste schon ganz schön viele Ironsdisk einsetzen, nur bei diesem Kampf hier. Ja, aber das waren auch ganz schön viele von den Devimon. Warum machen wir das hier ein Ende? Oder auch nicht, weil Warc Warmon ver... ... gehört ist, aber jetzt nicht mehr. So viel zu Devimon. Okay, so viel zu, ich habe den Kampf gewonnen. Jetzt habe ich den Kampf gewonnen. Gut. Ey, was, du... Ich verstehe euch Menschen nicht. Ihr handelt waghalsig aber auch, als ob ihr etwas verstecken würdet. Nur was? Was? Ich kann die Antwort in der Stadt finden? Hä, bringt das nicht durcheinander? Bin ich dein Verbündeter? Wie man... Er hat sich der Stadt angeschlossen. Es war klar, dass das passieren wird. Ihr wollt wahrscheinlich nicht. Deswegen lasse ich euch auch mal erstmal... Obwohl, ihr würdet vielleicht... Ne, das ist auch noch nicht rot. Ne, lassen wir das mal. Seit ich da mal trainiert, so ein bisschen bei denen. Einigkeitskessel... Zwei... Sind das angemorden? Das ist auch schon Akna angemorden, ne? Ähm, ob ich das Klo... Das sind Tidomorn. Das sind Tidomorn? Aber von der Farbe her sieht es aus wie angemorden. Kommt. Ich weiß auch nicht, wo Wargrammon hingeschossen hat. Was für ein Tidese gerade sollte. Okay, hier haben wir also... Kämpferricht doch schon die ein oder anderen Problemchen. Äh... Die sind doch schon alle ganz schön stark. Dafür, dass das nur normale Digimon sind. Ja, ich hätte davon ein paar benutzen sollen. Außerhalb des Campes. Jetzt muss ich die so ein bisschen spammen. Große Haltensdisk zwei. Dann spamm ich hier so ein bisschen. Mittleren MP-Disks. Ich habe das. hier weiter die mp disk großminnig verwahren für später gehen wir gleich ganz weit die kleine raus oder die mittleren besser gesagt nicht die klein verletzt und sie sehen dessen oft ist ein bunt wieder reden noch lesen momentan also damit man sieht pflasterchen genau stehen noch mal ein paar im bild ist sein ich hätte gern dass die nicht alle auf dem haufen hängen weil das eine pedomon war schon ganz schön schwer zu besiegen herr macht bevor er gegen magna angewandt also wir machen erst das pedomon dann noch mehr weg und vor dem wagner angewandt reden würde ich sagen laufen wir eine weile in den kreis rum ich öffne noch mal eine großartige disk entgegen dann noch eine mittlere mp disk und noch mal eine mittlere mp disk noch mal eine große heimstik für beide noch mal respekt bitte mit dem akum blaster weiterer mp disk weiterer mp disk vorgegeben ein bisschen angeschlagen war sehr stark noch mal weg meine güte war das langer kampf von einem kampf die terremacht war auch voll unnötig ich habe gerade gesehen pedomon hat fast keine ap mehr gehabt kampf ich denke ich bin schon kann ja mal passieren oh, ja, ich habe Glastashin